Kreatives Heilen. Kreatives Heilen ist ein Heilen durch kreatives Denken, nicht nach Rezeptbuch, nicht nach einem systematischen Vorgehen. Kreatives Heilen will einen öffnen für höhere Führung. Kreatives Heilen kann erstmal als Hilfe verschiedener anderen Methoden nutzen und danach kann man sein Unterbewusstsein fragen, man kann Gott fragen und kann fragen, was könnte helfen. Kreatives Heilen kann auch bestimmte Kreativtechniken nutzen. Kreatives Heilen könnte auch zunächst einmal das Unterbewusstsein lösen von vorgefertigten Gedanken, zum Beispiel durch Meditation, durch Yoga-Übungen, durch tiefen Entspannungstechniken, durch Singen und Tanzen. und danach kann man das Unterbewusstsein fragen, was könnte mir helfen. Oder du könntest jemand anders fragen und du könntest letztlich auch selbst überlegen, was könnte einer Person helfen, die dir gut tut. Kreatives Heilen würde dann heißen, dass du die verschiedensten Techniken ruhig mal spielerisch ausprobierst und feststellst, helfen dir. Natürlich bei akuten Erkrankungen ist vielleicht kreatives Heilen nicht so gut, gerade wenn sie fortschreitend sein können oder bedrohlich sind, aber gerade bei chronischen Erkrankungen könntest du auch mal alles zur Seite geben und könntest dich für die kreative Heilenergie öffnen. Entspannen und dann dein Unterbewusstsein, Überbewusstsein fragen, was dir gut tun könnte und das dann spielerisch ausprobieren. Dann Untertitelung. BR 2018